Lalalalalalalalalala Ich wollte mich eigentlich nur vorstellen Ich würde viel lieber Aufgaben für Leute machen, die ich kenne Also gehen wir mal nochmal in die Festung Wir können ja nochmal gucken, ob der König jetzt vielleicht eine neue Aufgabe für uns hat Was besseres wäre geil Momentan hat er keine Aufgaben Ich wäre beglückt, wenn ihr einen Sonderauftrag für mich persönlich hättet Ich habe keine Arbeit Du bist ein Arsch Hab ich nicht gesagt So, dich kenne ich, oder? Nee, dich kenne ich nicht, das stellen wir uns gleich mal vor Dich kenne ich aber, oder? Nee, dich kenne ich auch nicht, das stellen wir uns gleich mal vor Dich kenne ich aber, oder? Nee, dich kenne ich auch nicht Ihr seid mir alle unbekannte Luder Menschenskindern Ey gut, da gehen wir halt raus vor die Dürer Da kommt noch ein Stunyslav angeritten Gleich mal vorstellen Kenn ich dich? Ich glaube es eher nicht Aber ich kann mich ja trotzdem mal vorstellen Gucke da Man will ja, dass die Leute einen auch kennen im eigenen Reich, ne? Wir sind zwar noch nicht in dem Reich, aber fast Den dahinter, den kenne ich auf jeden Fall Den kenne ich auch, das ist gut Jerzy Haletzky Den kenne ich gut Der kann mich leiden Aufgabe Ich habe hier eine delikate Angelegenheit, Lord Peter Um die sich jemand kümmern muss Und es fehlt mir am vertrauenswürdigen Bediensteten Tatsache ist, dass ich einspiele Gebt mir doch Aufgaben, die ich gerne mache Ihr seid alle so fies Ich hau jetzt ab, ihr könnt mich mal Wo will ich denn hin? Oh, die Schweden hier Guckt's euch an Viele Leute sind in der Stadt 141 Das nennt man Überwacht hier gerade Ich würde gerne mit dir mal reden wollen Steht zu Diensten Ich meine, die hätten natürlich fast 200 Mann Wenn ich mitmache, ne? Ah, hier steht einfach sehr viel drum herum Man nennt mich Lord Peter Zweifelos habt ihr von meinen Heldentaten gehört Ich bin König Karl Gustav Herrscher vom Königreich Schweden Und Fürst von Festung Raschef Burg Allenstein Und Starica Ich hörte, dass ihr Rationiers in Kark bezwungen habt Und seitdem brenne ich darauf Mit euch die Klingen zu kreuzen Ich muss mich beeilen Wer ist denn dieser Typ, der mitmacht? Gustav Rangel, das ist der Ne, das sind mir dann zu viele Das geb ich zu Die Stadt ist nicht zu halten Tut mir leid, aber Ich kann hier nichts ausrichten Wirklich, das ist Das wäre knallharter Selbstmord Wenn ich mich hier einmisch Und darauf habe ich keine Lust Selbstmord ist nicht so meins aktuell Äh, Wolltuch 190er Nach Warschau Klingt doch lecker Das Problem ist, der wird natürlich an der Stadt Vorbeireiten wollen Hier wird gerade schon fleißig gekämpft Hier wird gerade schon fleißig gekämpft Damit wir bald auch gute Pferde nutzen können Äh, Feuerwaffen und Einhand Ist eigentlich immer ganz gut Boah, hier geht's los Darf ich mitkommen? Ich würde auch gerne kämpfen Wollen die sich Lublin zurück Oder was haben die jetzt vor? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde helfen Ah, die wollen gerade leider nicht Burg Lieder ist also das Ziel, ja? Darf der Peter mitmachen? So ein bisschen vielleicht Das wäre nett Oh, äh Achso, ich kann nur zugucken Weil ich dazu gehöre Der sieht ja bitterböse aus hier Der gewinnt aber kein Stück Ich werde eh nicht gefragt Ich bin ja Doch, ich werde gefragt Ich bin doch nur Angestellter Na dann unterstütze ich den Der die Chance hat zu gewinnen Würde ich mal sagen Ich will auch 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 Ruhe und Ehre Das wollte ich nicht Und Feind angreifen Ich will doch mitmachen So, meine Schützen gehen hier vorne in Linie Meine Kavalleristen Die halten sich mal schön zurück da hinten So, Schützen hier hin Wie viele habe ich denn bekommen? Ich habe vier meiner Schützen bekommen Wie es aussieht Der Priester Spekulatius macht auch mit als Schütze Das ist schön Die sehen einfach so genial aus Also die polnischen Söldner liebe ich hart Ich glaube aus dem wird in Zukunft auch mein Hauptheer bestehen Als Reiter hätte ich natürlich gerne die Husaren Aber als Schützen Da werde ich mir ja wohl ganz klar die Söldner hier krallen Wir wollen Feinde durchbrechen Da muss wohl meine Kavallerie mal einschreiten, hä? Schneller, schneller, schneller Schneller Da Ich habe einen Schotten geschottet Jetzt sind die Schotten dicht Oh, wie nicht getroffen ist das fies Es sind neue Feinde aufgetaucht Na, das ist natürlich nicht so schön jetzt Sieht's denn aus? Na, Feinde sind nicht mehr ganz so viele da Meine Kavallerie hole ich trotzdem mal zurück Für uns ist auch Verstärkung eingetroffen Aber ich will hier meine Leute nicht unnütz riskieren Wir sind sowieso in der Übermacht Deshalb hole ich meine Leute jetzt erstmal wieder zurück Weil dadurch, dass unsere Verbündeten ja auch Verstärkung gekriegt haben Geht's hier eigentlich gut ab Ein paar Schützen mehr habe ich auch gekriegt Viele Feinde sind es noch Zehn Stück aktuell, die kämpfen Aber ich denke mal, es wird noch eine zweite Kampfwelle geben Weil die hatten doch eigentlich noch ein paar, oder nicht? Oder hatten die nur hundert? Ich weiß es nicht Wir werden es sehen Lasagne Oh ja, für alle Gibt's ein Stück Pferde-Lasagne Heute Abend am Lagefeuer Oh nein, die Lasagne ist unser Futterrett weg Ihr wischt was unternehmen Hab gewonnen La 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 Komm mal her, blöder Klepper Da gibt's für jeden sogar zwei Stück Lasagne hier Guckt's euch mal an Und wir haben gewonnen Ich hab nichts anderes erwartet Die Polen sind einfach die besten Wien, Söldner, Kavallerist ist tot Ich hasse euch Ich hasse euch alle So, es freut mich euch hier zu sehen, Lord Peter Das war eine ordentliche Hauerei Nichts schmeckt süßer als der Sieg, was? Ich nehm hier einfach das hier mit Beförderung, Fragezeichen Beförderung, Ausrufezeichen So, wie sieht's denn in meiner Burg aus Hier Wird immer noch hart belagert Und jetzt kommt's zum Kampf Am nächsten Angriff nehm ich teil Meine Männer bleiben aber bitte zurück Als ob ich jetzt den Oberbefehl gekriegt hab Über alle, oder was? Tatsache Na ja gut Wenn sie das meinen Ich dachte ich kann nur meine Befehl legen Weil ich bin ja eigentlich überhaupt kein Befehl Aber ich bin ja hier ein Söldner Mensch Aber naja gut Holt euch die Feinde Belagert die Festung Treibt sie raus aus ihren Löchern Los, immer weiter Rupp die Leitern ab dafür Morgen sind wir auch noch hier Das blöden Zinn Da kann man so schlecht durchballern Oh ja Friss das Klabauter Kopf Friss es und behalte den Rest Wieder nicht getroffen Meine Güte Oh den hab ich aber weggemacht Wer ist denn hier überhaupt wer Ich blick hier nicht mehr durch Was soll's Ich lieg am Boden Und das ist Das ist halt so ne Ach Tote Auch meine Fresse Keine Lust mehr Ich hab doch keine Lust Die beiden Leute zu verlieren Das macht mich Liebig traurig Ich hab meine Männer lieb Eine Karawane Was haben wir denn hier Hunde Ach Trauben waren immer ganz gut 28er Trauben nach Warschau Hier guckt's euch an Da kommt nämlich mal Ein richtig ordentlicher Gewinn rein Jetzt wird auch noch Lehmbärs belagert Die nehmen uns grad richtig Hart auseinander hier Wir verlieren ganz schön An Land Die Armpolen hier Aber wir haben halt auch Viele Feinde Da wird's wohl bald mal Irgendwo Frieden geben Denk ich Dann läuft die Sache Hier schon ganz anders Wann ist denn mit dir Kann ich mit dir noch was flüstern Oh dich kenn ich noch gar nicht Jetzt aber schon Ist Luplin eigentlich heftig Bemannt So nach der Direkteinnahme Und so Ne Ist gar nicht mal so gut Bemannt 42 gegen meine 35 Die Leibgardisten sind natürlich Ein bisschen gefährlich Aber ich probier's trotzdem Da müssen wohl Leitern ran 20 Stunden Das wäre geil Wenn ihr bleibt Da könnt ihr nämlich gleich Mithelfen Oder auch nicht Muss ich wieder mal Alles alleine machen Okay los Wir sind nicht viele Die aber auch nicht Also rauf da Männer Ich hasse das Wenn so viele Direkt umfallen Spekulatius war dabei Ist jetzt nicht so Eine wichtige Person Gewesen in dieser Schlacht Es wäre schon gut Wenn wir jetzt hier mal Durchkommen Also am besten Gleich die Leiter hoch Und dann aufräumen So viele sind's ja Jetzt auch wirklich nicht Okay vorwärts Ich geh zum anderen Turm rüber Die kommen da auch schon raus So erledigt Aber ich hab kein Leben mehr Das müsst ihr jetzt regeln Aber ich denke Wir haben die Sache sicher Ich hab ja selber auch So viele Leute hier erschlagen Und meine Leute haben Gute Panzerung und alles Also Ich denke die Sache Hier ist gelaufen Natürlich haben wir Verluste Aber Wir haben eine Stadt Für Polen zurückerobert Das wird heftigst Kohle bringen Und ansehen Und überhaupt Da wird sich die ganze Welt Drüber freuen Außer alle Außer Polen Also Ne Egal Ihr wisst was ich will Glaube ich Ich weiß es selber grad nicht Ich hab 5 Tote So Und das Schöne ist nämlich Dadurch Dass die hier so viele Gefangene Da kann man doch mal gucken Was habt ihr denn so Litauische Musketiere Panzerte Kosaken Die nehme ich mal mit Den nehme ich mal mit Hier haben wir Veteranenscharfschützen Aber auch noch Scharfschützen Hier auch Veteran sogar Die sehen cool aus Die sehen cool aus Nehme ich mal mit Veteranenzollniere Und so ein Zeug So da haben wir nämlich Erstmal ein bisschen was gemacht Ich kann leider Keine Auszeichnungen verlangen Schade Ich hatte gehofft Ich kann wenigstens Kohle rauskitzeln Wenn ich das mach So meine Söldner wollen Verbessert werden Dich kenn ich oder Jo ein bisschen Okay der will meine Gedanken Nicht hören Er ist ein Arsch Ein knallharter Arsch Aber was willst du dagegen tun Kannst du halt nur zugucken Und mit dem Kopf nicken Handelsbeziehungen 147er Nach Warschau Können wir leider nur Eine kleine machen Die haben nicht mehr Auf Lager Mir ist es wurscht Bitteschön Warschau Ist der Prinz eigentlich Hier zufällig Ne ist er nicht Sonst hätte ich mir ja Vielleicht schon wieder Lohn abholen können Das mache ich eh Viel zu selten 48er Bier Nach Ich will nicht nach Lehnberg 55er Mehl Nach Villna Na also das klingt doch Schon besser Das klingt doch schon Entschieden Schmackhafter Ah Da wird gekämpft Hab Geld gekriegt Was sagen denn eigentlich Meine Finanzen hier Jetzt sind es schon 32.000 Das Geld arbeitet Gut für uns Auch wenn wir leider nicht Rankommen Irgendwann wenn Frieden ist Hole ich mir das alles Und dann packe ich das In eine polnische Stadt 265er Öl Nach Warschau Eine kleine Karawane Schon wieder bloß Lässt sich nicht ändern Wenn sie keine Waren haben Haben sie keine Waren Aber Gewinn kriege ich ja Trotzdem Also bin ich glücklich Danke Handelsbeziehungen Was hast denn du noch 39er Bier Ach das hatten wir ja Schon mal probiert Dann wäre noch 168er Eisen Oh gucke mal Das ist gut Das wollen die in Villna Nämlich haben Und zwar dringend Lublin wird belagert Ich hab's doch gerade Erst zurückgeholt Mensch Bitteschön Könnt ihr doch nicht Machen Was hast denn du noch Bier und Trauben Hat er schon wieder Trauben sind in Warschau Immer gerne gesehen Dann begleite ich mal Die Karawane Ob das auch sie mir Einen ordentlichen Gewinn bringen möge Dankeschön Jetzt schauen wir Noch mal schnell Ob wir hier noch Irgendwas haben Irgendwas schönes 250er Werkzeuge Ist jetzt auch nicht Unbedingt was ich will 56er Mehl Nach Villna Das klingt doch schon Besser Damit können wir Einen ordentlichen Gewinn machen Zonk Und jetzt gucken wir Noch mal Ob wir hier noch Eine letzte Karawane kriegen Für heute 306er Ölen Warschau Als ob das jetzt Eine große Karawane Ist Naja Was will man machen Das hätte ich gebraucht Wo das Zeug Was wert war Meine Güte 4690 Haben wir gezahlt Viel Gewinn kriegen wir Wahrscheinlich nicht Aber ein bisschen Soll es werden Ja Kann sich trotzdem Sehen lassen So Freunde Und wir hören Für heute auf Beim nächsten Mal Gehts weiter Tschüss 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 Tschüss